wisst ihr mir ist gerade was echt wunderbares passiert der tag ist begonnen wie jeder andere tag jeder auch ich bin morgens aufgestanden ging zur arbeit als die arbeit vorbei war ging ich zurück nach hause ging in den pool hab mittag gegessen das übliche eben doch gerade eben ging ich auf youtube dann war ich auf dem youtube kanal von we asylum und da ist mir das ja aufgefallen the little mermaid wie asylum präsentiert ihren fünften animationsfilm ich erkläre euch warum das für mich so ein großer deal ist ich habe die ersten vier animationsfilme auf dvd 2016 isis wegen hause trollend 2017 cargo und 2020 kam homeward und dann drei jahre nichts bis heute und nach drei jahren warten bin ich endlich befriedigt the little mermaid ist der fünfte via asylum animationsfilm und wenn er auf deutsch rauskommt welchen mehr auf dvd anschauen und eine review wird es demnächst auch geben also freute schon mal darauf und noch mal danke via asylum ur lasst mich nie hängen danke list prairie